Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video und zwar ist die Melek dabei. Hallo. Und zwar habt ihr euch ja so dolle eine Pool Challenge gewünscht, also noch eine Pool Challenge und die machen wir heute und dann würde ich sagen, los geht's. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und vergisst nicht die Glocke zu aktivieren und meinen Kanal zu abonnieren. So, ich habe hier jetzt die ganzen Stangen und ich muss jetzt tauchen und dann unter Wasser die Stangen in eine Reihe legen. Auf die Plätze fertig los. Fertig. 17 Sekunden 70. So, jetzt ist Luisa dran. Moment. Ich muss gerade die Zeit einstellen. Also Uhr. Ich war nicht so organisiert, und so auf die Plätze fertig los. Neun Minuten 36. Neun Sekunden. Neun Sekunden 36. Der Punkt geht, glaube ich, an Luisa. Ich weiß gar nicht, ne? Ja. Wie viel mehr lecker hat du? Ja. So, ich mache jetzt hier rollen. Hier drauf. Auf Zeit, ne? Ja. Und so auf die Plätze fertig los. Biraroidere Falt? Ja, auf die Plätze. Auf die Plätze fertig los. So 장in. Zwei. 31,29 Jetzt ist Melek dran Melek bekommt aber einen Reif weil Melek ist das nämlich zu klein Auf die Plätze, fertig, los 20 Sekunden, 18 Ein Punkt für Melek Jetzt sollen Luisa und Melek den Becher mit dem Kopf bis auf die andere Seite schieben und wer am schnellsten ist, der hat gewonnen Auf die Plätze, fertig, los Melek hat gewonnen, ganz knapp aber Luisa ist der Wäscher runtergefallen Ein Punkt nochmal für Melek So, ich muss jetzt die vier Bälle in den schwarzen Reifen reinschmeißen und wer die meisten Bälle reingeschmissen hat geschafft hat, der hat gewonnen Dann kannst du loslegen Eins Ein Ball Jetzt ist Luisa dran So Luisa, dann kannst du loslegen Drei Bälle Super Ein Punkt für Luisa So, ich habe hier so einen aufgeblasenen Basketball und dann muss ich hier in die Mitte reintreffen Genau, jeder hat Fünf Versuche Genau So, dann kannst du loslegen Oh, der ist ein bisschen zu nah Muss nochmal wegschieben Ein klein wenig windig bei uns Noch zweimal Ich muss nochmal gerade nach vorne schieben Leider nicht getroffen Jetzt versucht Luisas So Luisa, los geht's Ein Bisschen weiter weg Genau Zwei Also Luisa ist heute richtig gut Drei Das war kein Trifchen Moment Ja Drei Ein Punkt für Luisa Hey Hey Puh So Nächste Challenge Also wir müssen Rollen machen Genau Wasser Und dann muss Also man muss Bis zum Ende Bis zur anderen Seite Genau Wer am schnellsten Die Rollen bis hier ganz vorne geschafft hat So Auf die Plätze Fertig Und Los Malek Ein Punkt für Malek Mir ist schwindelig So Luisa muss jetzt vier Steine aus dem Wasser raussuchen Die wir versteckt haben Und Ich stoppe dann wieder die Zeit So Auf die Plätze Fertig Los Ja Weiter Ja Weiter 24 Sekunden 60 Jetzt ist Malek dran Auf die Plätze Fertig Los Bis zum Schluss 30 Sekunden 35, ein Punkt an Luisa. So, das war's mit der Pool-Challenge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, gibt uns doch einen Daumen nach oben. Und wir grüßen noch zwei Leute. Einmal die Ani Mikra und Niki Fischer. Hallo ihr Lieben. So, das war's mit dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.